Einmal eine Nummer ziehen. Einmal umdrehen. Du hast eine Banane gewonnen. Bitteschön. Jetzt musst du das nehmen. Du kannst ja jemanden geben. Dankeschön. Schönen Tag noch. Bitteschön. Entschuldigung für die Störung. Wir machen halt für TikTok und du hast die Nummer 4 ausgewählt. Und das sind 50 Franken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke fürs mitmachen. Tschüss. Tschüss.